Ja, vielleicht sollte ich mein Mikrofon auch einschalten. Ja, Submerge Folge 10, willkommen zurück. Ja, solche kleinen Fehler passieren nun mal. Alles live, alles live. So. Ähm, Bücher sammeln. Da oben sind noch drei Stück, da werden wir mal hinrudern, hin schwimmen mit dem Bötchen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, welche Richtung war das? Und wir haben schon wieder Nacht. Es ist Nacht geworden. Das müsste die Richtung sein, glaube ich. Ich bin hier total aufgeschmissen ohne Karte. Ihr merkt das wahrscheinlich schon. Für mich sieht das alles hier irgendwie fast gleich aus. So, die Frage ist, welches Gebäude ist denn das? Das sah ziemlich aus, als wäre das hier irgendwo, oder? Ich schau mal eben. Ja, die Richtung ist schon mal gut. Das ist da hinten, glaube ich. Halt, stopp. Halt, stopp, 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 stopp. Da war ein Boot-Upgrade. Das habe ich im Augenwinkel noch gesehen. Sehr schön. Die müssen wir nämlich auch noch finden. Jetzt ist nur die Frage, war hier was? Da können wir auch klettern, aber ich glaube, wir waren hier, oder? Nee, hier oben ist auch noch etwas. Wie? So. Dann wollen wir mal. So. Auf der Suche nach der Geschichte der Stadt. Suchen wir uns an Büchern, oder sehen wir uns an Büchern satt. Das hat sich schon wieder gereimt. Was denn los? So wie in der letzten Folge auch. Mein Gott, das ist schon mittlerweile zehnte Folge. Das hätte ich nicht gedacht, das ist so schnell. Und es passt gerade. Es fängt ja an zu regnen. Der Regen trat über die Stadt ein. Obwohl es gewittert gerade nur. Ah, okay. Ich nehme alles zurück. Ich nehme wirklich alles zurück. Ich, ähm, ja. Äh, äh, äh. So. Weiter geht's. Huch, hallo. Das müsste ja dann... Moment, ich schaue auf die Karte. Ist es das? Das ist das Gebäude. Da waren wir doch schon. Das ist doch das Krankenhaus, ne, oder? Können wir da durchfahren? Tatsache. Hui. Können wir denn hier auch anlegen, oder? Weil die Bücher müssten ja normalerweise auf der Seite sein hier. Okay. Das heißt, wir müssen dann schauen, dass wir von vorne da irgendwie hinkommen. Mal eben kurz schauen, wo war der Anlegeplatz? Zeig mir den Platz in der Kneipe. So. Saftiges Krankenhaus. Uah. Nein, du sollst nach oben klettern. So. Jetzt ist natürlich die Frage, hatten wir damals gar nicht alles so untersucht gehabt? Ich weiß das gar nicht mehr. Uah. Falscher Knopf. Halt, stopp. Da waren wir ja, ne? Waren wir denn auf der anderen Seite? Ach, da geht's gar nicht weiter. Okay. Und da ging's, glaube ich, auch nicht rüber irgendwie, ne? Ne. Aber wie das aussieht mit dem Wasser, was da drin schwimmt. Ich möchte gar nicht wissen, was es ist. Ob das irgendwie eine Vergiftung ist oder so von dem Meer. Ob hier irgendwie, keine Ahnung, irgendein Zeug da reingelaufen ist. So. Wir müssen... Ja, oben, unten ist jetzt die Frage. Wo müssen wir hin? Wir müssen auf jeden Fall auf die andere Seite. Also laut Karte sind die Bücher auf der anderen Seite. Aber ich werde mal nach oben gehen. Es sieht förmlich danach aus, als wäre es vielleicht der Weg nach oben und dann rüber. Aber man weiß es ja nicht. Wir müssen mal schauen. Da können wir uns auch langhangeln. War ich denn damals so blind, wie wir am Krankenhaus waren? Ja gut, ich bin da sowieso immer blind. Von so an... Ach, da geht's gar nicht. Okay. Da geht's nur runter. Na, super. Und hier geht's auch nicht weiter. Da drüben müssten wir... Uah, hallo? Da müssten wir irgendwie hin. Nun gut, dann müssen wir doch... Ah, da ging's glaube ich doch nur runter. Das war glaube ich nur eine Abkürzung, um runterzukommen. Gut, dann müssen wir doch nach unten auf die andere Seite. So, nein, was machst du denn da? Mädchen, Mann. Schau auf, rumzuhampeln. Verdammt. Hampel, 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 Mann. Der Hampelmann lässt mich nicht an seine Ampel dran. Was? Keine Ahnung. So. Mein Gott. Mädchen. Also, da lasse ich mich echt mal überraschen. So storymäßig, wo das hingeht vor allen Dingen. Uah. Vielleicht hat das Spiel ja auch einen... ...gewissen Hintergrund. Man weiß es ja nicht. Vielleicht eine Botschaft damit senden möchte. Uah. Uah. So, kommen wir hier irgendwie rum? Ich schau mal. Nein, kommen wir nicht. Oder? Nein. Hier geht's irgendwie nach oben. So. Finger nach oben. Man wird dich loben. Da hinten schon mal das Tire-Symbol. Das kennen wir ja auch noch. So. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier... ...irgendwie gleich einen Weg finden... ...auf die andere Seite des Gebäudes zu gelangen. ...verdammt. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Da oben geht's eh nicht weiter. Aber hier kommen wir, glaube ich, so nicht rum. Und wir kommen oben hin. Stimmt, hier waren wir ja auch schon mal. Das ist nur die Frage, wo war das? Wo sollte... Hier vielleicht? Ne. Wo soll denn hier ein... Das müsste ja da, ne? Da müssen die Bücher irgendwo sein. Schauen wir mal. Haben wir die echt übersehen hier am Krankenhaus? Kam ich gar nicht mehr in den Sinn? Uh, schon... Uah, schon so lange her. Das müsste ja... Ah, Moment. Halt, stopp. Halt, stopp, 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 stopp. Da ist auf jeden Fall ein Buch. Und ich glaube... Moment. Wie kommen wir denn da hin? Erstmal schnell schauen. Da werden wir von da hinten irgendwie hinkommen. Da müssen wir... Da rüber gelangen. Gut. Dann werden wir mal hier lang gehen. Es ist ein bisschen knifflig zwischendurch. Ein bisschen... Ein bisschen mit nachdenken. Aber gut. Da war schon wieder der Sound gerade weg. Ich weiß nicht, was es manchmal ist. Ob es am Spiel liegt. So. Oh, Alter. Boah. Ich glaube, ich würde sofort loslassen. Ich könnte das nicht. So, sehr schön. Jetzt sind wir schon mal auf der Ebene hier, wo ich hin wollte. Und jetzt wollte ich hier rauf. Ja, genau. Sehr schön. Bleib auf. Und nochmal. Und nochmal. Ja, sehr schön. Dass ich das beim letzten Mal gar nicht gesehen habe, habe ich das total übersehen. So. Blitz unter Wasser. Oder? Das könnte es sein. So, das andere Buch müsste ja normalerweise dann auch da oben drauf vielleicht sein. Vielleicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Richtung ist schon mal gar nicht mal so verkehrt. Die wir gerade gehen. Und die schöne Musik fängt wieder an. Im Hintergrund. Hallo. Elton John am Piano. Da ist das Buch. Candlelight in the wind. The candle in the wind. Yeah, yeah. Äh. So. Ja, sehr schön. Und es fängt schon wieder an zu schütten. Äh. Als hätte ich das nicht geahnt. Äh. Sind die Menschen gesprungen? Oder? Wollten? Ich glaube, die wollten sich retten gegenseitig, wenn ich das richtig deute. Na ja, super. Jetzt sehe ich natürlich mit dem Fernglas natürlich so gut wie gar nichts. So, wie komme ich denn hier weiter? Hier lang. Vielleicht hier noch mal mit dem Fernglas schauen. Ah, guck mal einer an. Ich glaube, das ist das nächste, was wir uns erholen werden. Das ist... Äh. Wo waren das jetzt? Ach da. Okay, ich sehe es. Da oben sind auch noch so viele. Oben links. Unten links auch noch eins. Das sind zwei, drei, vier, fünf sind das. Wie viel bräuchten wir denn noch? Fünf. Äh. Zwei. Drei, vier. Fünf, sechs. Sieben. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Fünfzehn Stück noch. Also nach dem fünf noch zehn. Okay. Ja, das wird ja eine Lebensaufgabe. Aber umso schöner für uns. Müssen ja auch noch die Boot-Upgrades müssen wir ja auch noch finden, ne? So. Hallo. Ach so. Hier war ja auch wieder nur was mit runterklettern. Ah, das habe ich vergessen. Das hört sich so ein bisschen an wie so eine, wie so so ein MMO, wo so eine Elfe mit so einer Harfe so am Spielen ist. Und dann im Hintergrund so. Und dann kommt irgendwann so ein Hexe. Ich werde dich vernichten. Was? So. Hallo? La, 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 la. So. Dann geht es jetzt erstmal wieder zurück, weil wir haben ja soweit erstmal hier die Bücherchen gesammelt. Die wir auch sammeln wollten. Ah, jetzt werden viele vielleicht wahrscheinlich wieder, wahrscheinlich denken, die das Let's Play sehen. Oh, wie öde. Boah, ist es langweilig. Da sammelt ich halt nur sämlische Bücher ein. Dann guck doch woanders, du Affenkopf. Mein Gott. Wenn es so langweilig ist, dann guck woanders. Nein, Quatsch. Nein. Man muss sich schon, wie gesagt, auch interessieren für das Spiel. Oder beziehungsweise so ein bisschen so ein Verständnis wir haben. Und wem es halt nicht gefällt, guck lieber, guck ruhig lieber woanders oder so. Ne, ich habe da auch vollstes Verständnis für. Die sagen, nee, das ist mir zu langweilig. Da habe ich, wie gesagt, vollstes Verständnis für. Also bin ich jetzt niemanden böse oder so, der dann woanders irgendwie vielleicht ein anderes Let's Play guckt. Deswegen mache ich ja solche Let's Plays, damit sich halt... Ah, mit der schönen Melodie, mit der Grund, das passt alles irgendwie. Als ob ich mich hier die ganze Zeit so rausplaudere und erziele so. Ach, über Gott und die Welt. Nein, ich mache halt auch diese Let's Plays. Man kann halt nicht jedem gerecht werden. Das ist einfach so. Das ist, es wird immer jemanden geben, der, ja, der sagt, nein, ist scheiße. Gefällt mir nicht. So. Du kannst halt, wie gesagt, man kann es halt... Hallo, wo muss ich denn hin? Du kannst halt als, als, als Let's Player kannst du halt nicht jedem, ja, gerecht werden. Ist so. Das ist, das ist nun mal so. Das ist so, ja, vorgeschrieben möchte ich nicht sagen. Aber man kann es nicht machen, weil es ist einfach zu schwierig. Weil man versucht natürlich, so gut es geht, so viel wie möglich anzubieten. Wenn es natürlich geht. Und ich habe ja schon hundertmal gesagt, ich bin jetzt keiner, der irgendwie nur Let's Plays macht, weil ich halt nebenbei auch noch berufstätig bin. Und deswegen ist es dann halt auch ein wenig schwer für mich ein bisschen mehr anzubieten. Ich versuche es natürlich auch für euch. Momentan läuft ja auch, äh, Boxenstopp und natürlich hier Submatch. Aber, wie gesagt, es ist halt für jemanden, der es jetzt so Hobby-mäßig macht wie ich oder so, der ist halt, ähm, ja, für den ist es halt schwierig, da, ja, so einen Kompromiss zu finden zwischen, sag ich mal, zehn Spiele Let's Playen oder nur, äh, fünf. Und, ähm, oder sag ich mal, drei und fünf. Also, ich sag mal, Maximum würde ich vielleicht hinkriegen, sonst vielleicht zwei bis drei. Das ist aber auch schon wirklich schwer umsetzbar, weil einfach auch die Zeit fehlt. Dann habe ich ja noch die, wie ihr wisst, ja sicherlich die, die Let's Play Live schon noch jeden Freitag in Samstag, 20 Uhr, die dann immer auf Twitch läuft mit dem Livestream. Und, ähm, das ist halt, ja, es ist halt nicht, 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 nicht vertretbar. Ich, ich, ich würde das, glaube ich, nicht hinkriegen, wenn ich drei Spiele gleichzeitig anfangen würde. Ähm, ich würde es gerne machen, bin ich ganz ehrlich, würde ich gerne. Ne? Ähm, es ist aber halt für mich, wie gesagt, als, als, als Laie sehr schwierig. Ne? Oder beziehungsweise als Laie, Laie hört sich immer so, 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 so billig an, so als ob du gerade erst angefangen hast. Ne, sag mal so, als, als Vollprofis auch doof. Nein, äh, ähm, nein, so als, als, als anstrebender YouTuber. Einen auch nicht. Ähm, sagen wir mal so, als, als, als hobbymäßiger YouTuber ist es für mich halt relativ schwierig, ja, mehrere Let's Plays zu, zu betreiben. Also, sag ich jetzt mal, Submerged plus, ich sag, ich nenne jetzt mal x-beliebige Spiele Submerged plus, äh, ähm, Borderlands plus, äh, Call of Duty, sag ich jetzt mal als Beispiel. Würde ich nie hinkriegen, weil einfach auch die, die, ähm, einfach auch die Zeit fehlt. Ähm, es fehlt mir einfach die Zeit, die Videos danach auch noch zu bearbeiten, weil es ist ja nicht nur, dass man das spielt und es aufnimmt. Sag mal, sag mal, du nimmst jetzt von allen drei Spielen jeweils zwei Folgen, eine halbe Stunde auf. So. Dann bist du schon bei, bei, äh, äh, Moment. So. Dann bist du schon locker bei, äh, drei Stunden. So, und da hast du gerade mal, da hast du gerade mal, äh, äh, pro Spiel zwei Folgen im Sack. So, und dann kommt aber noch dazu, dass du ja erstmal die Videos, ja auch erstmal rendern musst, du musst sie auch bearbeiten. Und, und dann kommt ja noch das Hochladen, das braucht auch noch alles seine Zeit. Und, ähm, das ist nicht mal, nicht mal eben von einer, von einer Stunde getan oder so. Das ist ja, man will ja auch ein bisschen qualitativ ein bisschen was, 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 äh, äh, bieten. Ja, und, das ist halt nicht, nicht, nicht sehr einfach. Also für mich zumindest, nicht für andere wahrscheinlich eher, die vielleicht da viel mehr, ja, Herzblut reinstecken klingt auch doof, das mach ich ja selber auch. Aber, ich sag mal, viel mehr Zeit auch dafür haben, die ich leider nicht besitze, die ich aber so gerne haben würde, bin ich ganz ehrlich. Ich würde so gerne viel mehr Zeit dafür haben. Und, am liebsten würde ich von morgens bis abends bis tief in die Nachtstunden, Morgenstunden würde ich aufnehmen, bin ich ganz ehrlich. Und nur, um euch halt hier jede Menge zu bieten. So, finden wir hier noch vielleicht irgendwie ein Boot-Upgrade oder sowas? Ich schau mal eben. Sieht mir förmlich danach aus, als wäre das so eine Ecke dafür. Nee. Anscheinend nicht. Drehen wir mal. So. Aber da ist ein Boot-Upgrade. Guck mir einer an. Ich wusste es doch. Haha. So, 9 von 26. Huch. So. Jetzt ist natürlich die große Frage. Wo haben wir denn noch Bücher? Oder sollen wir erstmal... Ich glaube, wir fahren erstmal da oben lang. In die Richtung. Und holen uns erstmal die zwei Bücher, die da oben sind. Nein, aber wie gesagt, um nochmal drauf, um nochmal drauf zurückzukommen. Das ist einfach, ähm... Es gibt halt... Also ich beneide wirklich große YouTuber, die das dann natürlich auch beruflich machen. Respekt, mein Respekt-Chapeau ziehe ich natürlich meinen Hut vor. Und das ist natürlich auch eine Schweine-Arbeit. Und, ähm... Ich weiß selber natürlich jetzt auch, wie das ist und alles. Und, ähm... Ich, äh... Ich würde es auch so gerne... Also bin ich ganz ehrlich, ich würde es so gerne... Würde ich es gerne auch beruflich machen. Bin ich ganz ehrlich. Würde ich tun. Aber dann auch in dem gleichen... Den gleichen Format auch bleiben. Also so wie ich jetzt auch dann bin, irgendwie so halt nicht irgendwie so übertrieben mäßig jetzt hier... Boah, ich bin jetzt hier der YouTube-Channel overpowered schlechthin. Nein. Ähm... Könnte ich auch gar nicht. Würde ich auch... Würde ich auch nie sein. Ja, das sagst du jetzt. Ja, klar, sagen viele, das sagst du jetzt. Aber nein, ist so, ähm... Könnte ich nicht. Also dafür bin ich einfach ein so bodenständiger Mensch einfach. Und, äh... Würde auch nie in den Sinn kommen. Ich würde auch nie irgendwie meine, meine, meine Freunde irgendwie im Stich lassen. Und das wissen auch viele von meinen Bekanntenkreisen, von meinen Freunden, die einfach wissen, dass ich für die da bin. Und auch in Sperrenzeiten. Auch wenn es denen richtig dreckig geht, war ich immer für die da. Und, äh, äh, tue und mache auch alles für die. Das wissen sie auch. Und das wissen sie natürlich auch zu schätzen. Und genauso ist es natürlich auch andersrum. Und ich finde immer, äh, eine Hand wäscht quasi immer die andere. Und so sollte es eigentlich auch in guter Freundschaft sein. Und, ähm, ja. Deswegen finde ich das schon, schon, schon ein schönes, wie gesagt, ein schönes Hobby hier. Let's Play und so und Stream und alles. Das finde ich schon, finde ich schon sehr geil. Und, mein Gott, ich, ich, ich quatsche hier einfach viel zu viel. Ach, hast du nicht gesehen? Und, mein Gott, und, ach ja, mein Gott, jetzt haben wir mal ein bisschen ausgelassen drüber geredet. Und, ja, ähm, ich hoffe natürlich, dass ihr da trotzdem Spaß habt, die Folge hier zu sehen. Oder, keine Ahnung, wir werden sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall möchte ich jetzt hiermit erstmal die Folge beenden. Wir gehen dann in der nächsten Folge eben das Büchlein holen. Und dann gehen wir weiter, ein paar weitere Bücher suchen. Und dann denke ich mir mal, dass wir so langsam schon Richtung den letzten, ja, Büchern zur Geschichte von der Stadt kommen. Und dass wir dann vielleicht auf Kreaturensuche gehen. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und, ja, euer Reflex wünscht euch was. Macht's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank.